Ich beschleicht das Gefühl, dass keine Kartenrotation stattfand. Aber ich nutiere weiter. Kann ja wie gesagt nicht schaden. Und damit, hallo da seid's und willkommen zurück. Rainbow Six Siege. Weil du unser kleines Fehlerteufelchen bist? Ich dachte, das ist Mordzie. Oh, endlich mal Fortschritt bei S.A.S.R. Ich will dann bloß noch zwei rum. Ubisoft könnte jede Woche eine Sophia- oder Maestro-Spielrunde laufen lassen. Spielrundenherausforderungen. Nee, dann kriegst du ja zu viel. Gönn's ihm doch mal. Mensch, ich brauch dir doch dem Immobilien-Schild bei Maestro-Versionen. Andere roten halt Kinderriegel. Ich rotte die... Ella ist sauber. Ella ist sauber? Ich hatte keine Bombe gefunden. Du hast schon alle aufgegessen. Okay. Nein! Gab's, Frau, haben sie wieder... Ah! Besten, meine ich, haben sie noch. Ach, du teilst du dir mit dem Elite-Outfit von Kärchenmann... Nee, Kärchenmann im Elite-Outfit bekommt dann immer die Hälfte ab. Da, ein Gegner. War das Alibi? Der andere Tür, das sah ja komisch aus. Ja, ist so. Das hat die auf dem Kopf gehabt, sah aus wie so ein Oktopus. Haltet nach anderen Ausschau. Fenster offen, gelber Pinger. Schießt schon jemand raus. Drohne bereit. Mach ich denn. Drohne bereit. Am gelben Pinger ist jemand. Nehmen wir rum. Unten auf der Treppe hängt die Grabsch. Ganz unten. Ich muss uns da besuchen kommen. Ach, nö. Okay. Alibi bringt um. Ach da. Die Sekrette. Die Dicke. Hat ihr ihr cooles Visier wieder? Weiß nicht. Ach da unten. Scheiß Dreck. Komm ich nicht hin. Warum? Weil Wand. Was ist denn hier nochmal der Ausgang gewesen von dem Mist? Ein Hologramm zerstört. Hier kann man auch nicht besser hingucken. So, jetzt habe ich es aufgescheucht. Mach es ganz doll tot. Ich will mal hallo sagen. Ich will wissen, wer das ist. Ich kriege hier ja einen Kinderriegel. Was geht das da aus und dann? Ich bin drinne. Ich komme mal mit. Achtung, Achtung. Kannst du bitte? Hallo? Überall drohende Kameras. Die sitzen rechts und links. Ich bleib mal an der Ecke hier hinten. Kraftschrauben. War nicht ganz tot. Ich bliege in deinem Saal. Was machst du denn? Eigener Druck neutralisiert. War schon mal besser mit deinem LMG. E heißt das. Bitte. Sag ich doch LMG. Kein Wunder, dass es nichts wird, wenn du es nicht mal richtig aussprichst. Mann, Mann, Mann. Ja, war doch richtig. Nee. Voll unvollständig. Den Bindestrich hast du auch vergessen. Sagst du ja auch nicht an. Oh doch. Nee. Unterstrich ich schon. Ist ja kein Unterstrich. Ich schiebe den dann immer im Nachhinein noch mit dem Zeigefinger hoch. Dann ist ja auch kein Unterstrich mehr. Ja, aber dann ist es ein Bindestrich. Wenn der Unterstrich hochgeschoben wurde. Aber Bindestrich, du sagst ja nicht. Ach, brauchst dich gar nicht rausreden. Du hast versaut. Kartenraum sauber. Wo oben ist auch sauber? Oh, da hat eine Bombe-Lunge. Mit der gleiche Ecke. Ja. 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 Da ist gerade niemand mehr im Raum. Einsatz in 10 Sekunden. Die haben auf jeden Fall Westen ausgelegt. Jetzt sieht jemand Westen an. Achtung. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Einsatz in 5 Sekunden. Hm, guck mal Kitsch. Da ist noch ein Fuß. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Kacke. Der dritte Schuss. Ging auch. Dann die Uni hat gesessen. Vorsicht, am Fenster ist wieder jemand. Gelber Pink. Was? Geht da keinen Schaden? Mann, was blockt mich denn da jetzt wieder? Verdammt nochmal. Ey, ich werde wieder irgendwo dran hängen. Ey, es ist zum Kotzen. Witschel haben sie noch. Witschel ist tot. Gehabt. Wir haben schon ein Tresenwald-Visionen gerade. Feuerschutz! Ich lade nach! Visionen tot. Der Mieter hat nur noch 7 HP. Schocktronen wird gestartet. Also ein Wittet. K Bach. Wenn es das nicht mehr geht,ler. Durk mal! killed. spezielle ladung abstand halten komm, markier du hast den entschärfer fallen gelassen einer vom eigenen trupp verbleibt das schafft die twitch niemals oh sie ist motiviert schade warum hast du es nicht gemacht? äh ist da ein bild mit ne ich glaub da war ein durchgestrichener fotoapparat und ein durchgestrichenes handy ich dachte da wäre ein durchgestrichener hammer hier bitte ohne hammer reingehen hier bitte nicht hammern was mit den armen hammerhaien müssen die draußen bleiben? ja und das hammerwetter muss das auch draußen bleiben? ja hm hm den bereich sichern die bomben weiter schützen das wird lustig die 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 dann Alte Brücke, ist jemand, Hawkeye? Bei der... Genau vor dir. Rot. Ich krabsche. Ganz doll. IQ, IQ, IQ. Jetzt geht sie weg. Oh ne, gegen Cardi versuche ich es nicht. Hoffentlich habe ich ihn gepflegt. Ein Gegner verbleibt. Deck mal Lesion ab. Verschwinden wir keine Zeit. Damit ist glaube ich bei mir. Fenster. Hat jemand die Luke aufgemacht? Ja, das war Hawkeye. Was kommt davon? Aua, da oben. Wie ist die Treppe nach oben? Treppe nach oben. Treppe nach oben. Neue Treppe. Gegner eliminieren die Missionserfolge für eigene Truppen. Fällt jetzt nicht loslassen? Ne. Sicher ist sicher. Bevor du wieder die Kontaktkanade wirst, lass den Finger lieber da wo er ist. Meinst du? Mhm. Kartenraum. Ich konnte mich vor Togepi grad noch so verstecken, ey. Ich kam nämlich da hinten rein gerannt, ey. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Mach die Lücken zu. Oh, wo sind jetzt die Anziehmatten und die Kuchenstücke hin? Lücken zu. Außer in der Küche. Die Kuchenstücke ist auch zu. Weil zugemacht worden ist. Sie hat eine Bombe lokalisiert. Mach euch Angriffswahl. Ist ja auf jeden Fall der Immobilie ein Schlitt hingestellt. Und? Ich hab keinen. Ich hab C4. Okay. Die haben Kali. Und Schakal. Buck. Findest du unseres Auge bereit? Die Tür. Sie fängt an mit mir aus. Nur ein kleiner Pieks. Oben im Serverraum ist jemand, Hawkeye. Grad bei der Treppe gewesen, bei der Roten. Hat die Kamera kaputt gemacht. Bei der Küchentreppe ist auch jemand. Auf unserer Ebene. Ja. Auf dem Dach sind's noch welche. Oh nein. Eine Kamera. Hacke. Der Weg. Schick. Und der Deck. Oh die haben wir alle Fenster auch geschossen. die ist ja vorne an der tür irgendwo okay ich sehe sie noch nicht zumindest nicht im raum zumindest nicht gut sichtbar das ist halt sich jemand am fenster im camping könnte carl design am camping immer noch einer am fenster amago ist hier vorne nee das ist ja karl dann hier bei mir ich wechsle das magazin entschärfer am gelben pin muss doch die kontakt kann hatten wir nutzen die blöde kamera die alles entscheidende runde das stimmt kinderregelsaft die bomben sicherlich als kuchen getan ich mache die lücken zu die gegner haben eine bombe lokalisiert frisch gepresste kinderregel njam 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 eine überraschung hat einer gesagt hat damit nichts zu tun da ist jeder mobileschild ja schon wieder ich kann es nicht sein ich habe kalt ich auch nicht karli hammermann und buck an der kameras put was war das zugang gesichert ok lesion hat schon mal kein mobileschild aber das war voll klar da kann es ja bloß ella sein diese ella die sind beim automat von der küche karli hammermann die hat mich schon ja gesehen ich hab doch gesagt ich versaut kamera drin mg in meinem zimmer im kartenraum bei deinem bösen auge da in der nähe ist er gefahren oh fenster wieder auf vor sich karli hammerping ich behalte die nadeln vor einer läuft über uns hocke karli hammerping karli hammerping karli hammerping der ist dem mobileschild im weg ach das nächste mache ich den gleich weg ich dachte da robbt jemand unten die robbte wirklich machte doch nicht verletzt Ich bin immer viel zu nett zu den Gerätschaften, die von Mitspielern aufgestellt werden, die mich schon nerven, aber die ich dann halt auch kaputt mache. Aber in dem Fall war es zu spät. Das nächste Mal kommt das einfach rigoros weg, wenn das keiner von unseren Teamkollegen ist. Hat mir wieder gesehen, was es gebracht hat. Das Loch da hinten ist unnötig, wenn du da eine Tür hast. Wobei unnötig ist es nicht, aber der mobile Schilder, der ist total unnötig. Mobile Schilder und hier Kanal, das hat sich zuletzt ganz schön gehäuft. Goyo vor ein paar Partien. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.